so viel schönheiten so viel schönheiten eine schöne wie die andere das alles muss ja irgendwie laufen und wie das läuft mit was man das betreibt fachmännisch betreibt wie ein profi das nix passieren kann das sie dir nach dem intro das sind die schätzchen hat man schon gehabt genug davon hier geht es weiter welchen abo zu welcher waffe ganz einfach mein fahrzeug wenn es folgt und nichts mehr geht dann war es wohl zu viel euer hofner macht's gut